Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Universum. Ja, dann machen wir natürlich weiter an dieser Stelle. Wir sehen endlich oben auch die Jahreszeiten und können sozusagen besser abschätzen, wann der Herbst beginnt, wann der Winter beginnt und so weiter und so fort. Das ist schon mal ganz praktisch. Durch die Wetterstation haben wir das freigeschaltet. Ja, was sind wir denn jetzt gerade am erforschen? Ministerium für Landwirtschaft. Apropos Landwirtschaft, könnten wir dann nicht... Was müssen wir denn da erforschen? Lass mal gucken. Herstellung, Ressourcenmanagement, Dienstprogramme, Epizentrum. Würde ich ja dann eher unter Herstellung zählen, oder? Steinraffinerie, Holzraffinerie, Glaswerke. Ne, ich suche sowas wie eine Farm. Ich bilde mir ein, man konnte auch Farmen bauen. Und unter Erholung wird das nicht fallen. Ressourcenmanagement vielleicht. Fischereilager, ja, das sieht gut aus. Farmen. Dazu brauchen wir die Landwirtschaft. Die müssen wir freischalten. Lass mal gucken, was wir hier gerade am erforschen sind. Wo ist denn der rote Punkt? Nirgends. Haben wir nicht gerade eine Forschung laufen? Ministerium für Landwirtschaft. Ministerium für Wasser. Hier können wir auf jeden Fall Landwirtschaft freischalten. Aber ich sehe das Ministerium für Landwirtschaft gerade nicht. Ach, hier oben. Ganz links oben. Gut, dann macht danach bitte direkt die Landwirtschaft. Dann lohnt sich das Ministerium nämlich auch. Und ich glaube, hier können wir das freischalten mit diesen Entdeckungspunkten. Die haben wir hier unten. 80 Stück haben wir insgesamt. Wir könnten Speiseöle freischalten und damit den Hunger reduzieren. Und das würde ich, denke ich mal, als nächstes gerne mal machen. Hier brauchen wir noch Materialveredelung. Das ist okay. Okay, was haben wir hier? Grasweberei. Nugget-Tragekapazität plus 2. Na, das hört sich auch erstmal gut an. Das würde ich dann auch noch erforschen wollen. So, dann haben wir erstmal eine kleine Kette schon. Wobei, wir können noch eins auswählen. Vielleicht den Flaschenzug. Wobei ich da nicht wirklich weiß, wofür das gerade ist. Aber wird schon seinen Effekt haben. Wenn dort Aero steht, das liegt halt, wie gesagt, an diesen Übersetzungsfehlern. Oder noch nicht vorhandenen Übersetzungen. Je nachdem. Das Spiel ist ja noch im Early Access. Aber viele Texte sind inzwischen auf Deutsch. Und, ja, für mich reicht es auf jeden Fall. Ich verstehe schon so ungefähr, was wir wollen. So, das ist ein Wohnhaus. Was ist das denn? Intergalactic Black Market. Ach, hier ist ein Ufo runtergekommen. Das war das die eine Folge. Ich glaube, in der letzten war das. Da kam die Meldung, dass hier irgendwas in die Atmosphäre eingedrungen ist. Ach, cool. Was können wir denn hier machen? Verbreitet Alpine Gletscherkappe. Okay, die Karte wird getauscht, sobald Ufo eintritt. Wie, die Karte wird getauscht? Also, ich verstehe nicht. Kostet sechs Populationen. Zahlen sie mit Nuggets. Okay. Vielleicht nicht. Was ist das? Epos Alpine Gletscherkappe. Die Karte wird getauscht. Ja, was bedeutet das denn im Endeffekt? Bedeutet das, dass das dann, ähm, gefriert alles? Und falls ja, wieso sollte ich sowas machen? Hm. Und ich glaube, das ist einfach nur die Zeit, bis das Angebot ausgetauscht wird. Wenn ich jetzt hier irgendwas auswähle. Okay, passiert nix. Section unavailable. As your civilization develops, this space will get occupied. See what technology will unlock this section. Ah ja. Weißt du Bescheid. Na gut. Ähm. Lass mal erstmal so. Also das ist jetzt im Moment, also mit Nuggets bezahlen möchte ich nicht unbedingt. Ach guck mal jetzt hier, das könnte man machen. Was kann ich nicht auswählen? Aber ich kann Trade klicken. Ich glaube, hier bekommen wir nur 28 Steine für ein bisschen Glauben. Es ist mir alles so ein bisschen, sie haben nicht genügend Platz in den Lagern für Ressourcen. Sie fallen auf den Boden, können nach 10 Minuten verschwinden, wenn sie nicht verwendet oder in ein Lagerhaus gestellt werden. Möchten sie trotzdem weitermachen? Nein. Lieber erstmal nicht. Lass mich doch. Lass mich erstmal sein. Können wir später nochmal wieder reinschauen. Ist halb so wild. So. Das ist ein Beobachter, ein Alien sozusagen. Okay. Na gut. So. Weiter geht's. Die Zeit etwas beschleunigen. Sind die... Ne, was haben die denn hier? Ach, das sind die Frisuren. Ich dachte gerade, das sind irgendwelche Symbole für Krankheit. Nugget beginnt an dich zu glauben. Sehr schön. Ich höre auch schon wieder irgendwelche Betten knirpschen. Knistern hoffentlich nicht. Was ist denn hier? Also hier geht schon ein relativ guter Weg. Bis hier hin, ne? Oder ist das die ganz normale Straße? Wenn ich jetzt hier was bauen wollen würde, wäre das die Straße? Ah ja, das wäre die Straße. Die laufen auch bevorzugt, glaube ich, auf diesen Wegen. Wenn man das mal so beobachtet. Die gehen auf die Straße und wollen dann dort langlaufen. Bis zu ihrem Ziel. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Oder kleine Frau? Was auch immer du bist. Ne, du? Auf jeden Fall erstmal eine Frau. Und Status liefert Ressourcen. Trägt Stein. Ein Stein. Trägt ein Stein. Die trägt vier Stein. Fünf Stein und drei Stein. Okay. Also unterschiedlich viel auf jeden Fall. Das hängt wahrscheinlich auch mit ihren Statuswerten ab. Auf jeden Fall finde ich unseren Spot ziemlich gut gelegen. Denn wir haben eigentlich so gut wie alles. Wir haben Bäume, wir haben Steine in Massen vor allem. Wir haben mehrere Biome, wir haben Wasser. Alles da. Alles, was das Herz begehrt. Die Insel schaut natürlich auch interessant aus. Aber hier werden wir nicht viel drauf bauen können. Ich wollte mal gucken. Warte mal, muss ich mich erstmal wieder ausrichten. Ungefähr da lang, glaube ich, war das. Hier. Wie groß ist denn eure Kuppel schon? Noch nicht so groß. Okay. Aber ihr habt noch lauter Steinhaufen hier vor der Tür. Warum das denn eigentlich? Und kann ich mit euch was machen? Ich möchte mal gucken. Start Trade. Wenn wir handeln wollen würden. Wir hätten anzubieten. Zum Beispiel Steine. Wir hätten anzubieten Nahrung. Angenommen, wir bieten Steine an. So. Und wir hätten dafür gerne, weiß ich nicht. Bisschen Nahrung. Okay. Also für einen Stein kriegen wir eine Nahrung. Okay, warte mal. Dann können wir hier erhöhen. Sagen wir mal, wir wollen jetzt einfach mal. Ist ja nur zum Handeln. Einfach mal zum Gucken. Ich würde halt schon gerne das mal testen. Wir machen mal ein günstigeres Angebot, dass die Meinung vielleicht noch umgeht. Und wir trainen mal. Von ihren Trainingfähigkeiten. Naja. Das heißt, die haben jetzt eine bessere Meinung von uns? Ein bisschen. Okay. Die haben schon 33 Leute. Die haben mehr als wir. Die Schweine. Wir haben 32 und, ne 33 jetzt auch. Okay. Und 33 Gläubige. Hör mal hin. So. Dann zurück nach Hause auf jeden Fall. Na gut. So. Wann ist denn die nächste Forschung fertig? Die braucht. Och, die braucht noch lange. Und das war. Ach, Landwirtschaft. Das Ministerium haben wir freigeschaltet. Okay. Das ist schon mal was. Also sind wir jetzt bei der Landwirtschaft schon dran. Und dann können wir das nächste wichtige Gebäude bauen. damit unsere Zivilisation noch schneller wachsen kann. Nämlich die Landwirtschaftsflächen. Also Farmen sozusagen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Fällt mir dabei wieder ein. Zwecksexpansion. Genau. Hier sind nämlich jetzt schon Gebäude, die nicht mehr abgedeckt werden. Das heißt, wir brauchen... Halt mal hier. Gab es doch diese Karten leer. Mach mal weg. Das war es nicht. Warst du das? Nein, auch nicht. Gab es ja nicht solche Karten leer. Planetenfilter. Genau. Und da hätte ich gerne... Puh. Ähm. Nur mal Interesse halber. Okay. Bergbau gibt es nicht. Raffinerie auch nicht. Verteidigung, Unterhaltung gibt es alles nicht. Äh. Infizierte Gebiete. Giftiges Essen. Verbannte. Ne, ich suche eigentlich das, äh, das kam sie ja nicht mit drin, äh, ein Filter, wo man halt genau, äh, das sieht, wenn man jetzt hier draufklickt. Das hätte ich gerne gesehen. Ähm, dass man weiß, wo man, ja, bis wohin man kommt und so weiter, bis wohin man ausbauen kann. Kann ich das denn zeitgleich aktivieren und zeitgleich hier bauen? Ist das denn wenigstens möglich? Es fällt wahrscheinlich unter Dienstprogramme oder auch nicht. Äh, Lager, Fischerei, Wirtshaus ist es auch nicht. Ist es hier dabei? Rathaus. Oh, wir können ein Rathaus... Haben wir schon ein Rathaus? Nein. Können wir bauen. Friedhof, Ingenieur. Ja. Genau. Das brauchen wir. Dann können wir hier nämlich alles abdecken. So. Bauen wir direkt an der Straße. Eigentlich würde ich hier diese Ecke gerne noch mit abdecken wollen. Wir bauen dort einen hin. So. Habe ich den jetzt gesetzt? Oder hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht, ne? Äh, nochmal gucken. Ein bisschen weiter raus. So. Dort hätte ich gerne einen. Okay. Und dann hätte ich gerne auf jeden Fall noch einen zweiten oder einen dritten in dem Fall. Den würde ich gerne hier an die Straße bauen. So. Und, äh, vielleicht, ich will es jetzt nicht zu sehr übertreiben, aber vielleicht einfach hier auch noch einen hin. Ne, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich habe Angst, mir gerade zu viele Leute zu versperren damit. Ähm, so, was hatte ich denn noch gesehen? Das Rathaus war noch interessant. Genau. Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Ähm, wo stellen wir dich denn hin? Was ist hier? Ach, das sind Steine. Okay. Ich würde sagen, das ist ein guter Ort für das Rathaus. Ich würde sagen, wir bauen das hier hin. Und ich würde auch fast behaupten, oder ich hätte auch gern fast, dass wir das hier mal bevorzugen. Wie sieht denn das lagertechnisch aus? Wir haben 136 von 150. Hier können 1, 2, 3... Drei Sachen. Wahrscheinlich pro Feld, äh, 50 nehme ich mal an. Wobei das hier auch gemischt aussieht. Dann weiß ich es nicht. Also dann kann das auch anders sein. Ähm, okay. Wir könnten aber auf jeden Fall spezielle Lagerhäuser für die eine Sache auswählen und andere Lagerhäuser für die anderen Sachen und so weiter und so fort. Wir können ja hier Dinge auch verbieten. Aber es wäre vielleicht trotzdem nicht schlecht, wenn wir noch ein weiteres Lagerhaus irgendwann bauen. Ähm, so. Wir haben Landwirtschaft, glaube ich, freigeschaltet. Und jetzt können wir die erste Farm bauen. Krass. Ist die groß? Okay. Äh, lass mal... Wo ist denn hier der Eingang? Sonst hat man doch immer so einen Pfeil drüber. Ach, ja. Eine Farm in der Wüste. Ob das gut ist? Kann man eine Farm hier im Grasland bauen? Die passt hier nicht mit rein. Aber vielleicht... Kriegen wir sie hier irgendwie mit dazwischen? Also setzen konnte ich sie. Aber die Straße war immer noch rot. Ähm, das gefällt mir nicht abbrechen. Ja, brech das mal ab. Und lass nochmal neu gucken. Weil ich will die Straße ja nicht kaputt machen dadurch. Vielleicht wäre es doch sinnvoll, hier noch eine Ingenieurshütte zu setzen. Wir bauen hier mal eine Farm hin fürs Grasland auf jeden Fall. Gut. Vielleicht bräuchten wir dann aber auch noch so ein Wasserreservoir. Vielleicht brauchen wir aber auch hier ganz dringend mal noch so ein Ding. Ja, warte mal. So eine Wasserpumpe bauen wir mal noch. Weil wenn wir jetzt Landwirtschaft betreiben, dann ist das vielleicht sogar ziemlich notwendig. Ich würde sie direkt hier daneben setzen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall einige Aufträge erstmal. Ähm, was haben wir denn hier? Wissenschaftlicher Fokus. Äh, Wasserfilterung. Kostenlose Wasserfilter in jedem Nugget zu Hause. Plus 25 Wasser. Nachfüllrate. Wassergebäude verfallen doppelt so schnell. Okay. Recht auf Waffen. Gestattet, äh, Nuggets. So schnell war ich nicht. Ja. Na gut. Wir feiern. Wassergebäude verfallen doppelt so schnell. Okay. Dann ist das natürlich ungünstig jetzt. Das brauchen wir als Recht, die Ingenieure. Na, gucken wir mal. Ähm, so. Hier haben wir auf jeden Fall Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze, die wir mit Arbeitskräften füllen können. Ähm, was haben wir hier? Äh, Rathaus ist fertig. Ah, sehr schön. Wir können, äh, Minister für Lebensmittel einstellen. Und wir können Minister für Wasser einstellen. Was auch immer das jetzt bedeutet im Endeffekt. Minister für Wasser. Bürgermeister. Oh, Bürgermeister. Ah ja, der ist immun. Dann dort mal dran. Ähm. Ähm, ansonsten sind alle Plätze soweit ausgelastet. Okay. Nugget-Auto-Zuweisung. Prozentsatz der Nuggets, die Jobs automatisch zugewiesen werden sollen. Die verbleibenden Nuggets werden als Arbeiter arbeiten, die allgemeinen Aufgaben wie das Sammeln von Ressourcen und den Transport erledigen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ja, ich würde es erst mal so lassen in der Voreinstellung. Für mich wäre es interessant, da zu wissen, was hier was macht. Ah ja. Okay. Kann ich hier... Ich bilde mir ein, das konnte man irgendwo nachlesen, was was bedeutet. Äh, lass mal gucken. Minister für Landwirtschaft. Äh, Minister für Lebensmittel freischalten, Kochutensivien, bla bla bla. Das Ernähren von so großen Nugget-Familien kann wirklich Kopfschmerzen bereiten. Das Ministerium für Landwirtschaft wird dir den Rücken freihalten und sicherstellen, dass deine Zivilisation genug Nahrung hat. Okay. Minister für Wasser. Ähm. Der Wassermanagement und die Verteilung an ein neues Ministerium und beobachte, wie sich die Warnungen auflösen. Okay, also die kümmern sich wahrscheinlich dann um Wasserversorgung und Lebensmittel. Gucken wir mal. Also hier sind auf jeden Fall schon mal welche zugewiesen, das ist schon mal sehr schön. Ähm. Wir können das hier anbauen, das ist eigentlich super. Und müssen wir noch irgendwas machen, was, wieso blinkt das hier? Bereitet Parzelle vor und pflanzt Nutzpflanze an. Ah ja. Status Grundstück vorbereiten. Auf dem Gelände ist kein Landwirt verfügbar. Doch. Ja, mein zugeteilt. Also vielleicht ist er gerade nicht da, das kann sein, aber zugeteilt haben wir einen. So, was hast du? Oh, hier ist eine Quest, warte mal langsam. Ja, und Pause mal ganz kurz. Wir haben zwei Quests sogar. Ähm. Travanya braucht Ressourcen. Okay. Was braucht ihr denn? Deine Zivilisation neigt zu Accepting. Okay. Beeinflusst ihre Entscheidung. Akzeptieren. Ne, was wollt ihr denn? 36 wählt. 40 Bevölkerung. Time left. Wir brauchen ihre Hilfe. Wir sind nur ein bescheidenes Dorf von Musikern, Malern und Tänzern. Das Kämpfen liegt uns nicht. Wir haben kürzlich unsere gesamten Wintervorräte an Nahrung durch einen Banditenüberfall verloren. Diese Barbaren beschädigten unsere Gebäude. Ähm. Was? Malten Bärte auf unsere Kunstwerke und am... Äh. Äh. Okay. Und an... Oh. Und sie haben unser gesamtes Essen gestohlen. Wie auch immer. Äh. Wie ich vorhin erwähnt habe. Wir benötigen nur ein paar Bissen, um durch den Winter zu kommen. Eine kleine Menge an Essen wird uns unser Überleben sichern. Mit freundlichen Grüßen. Ja, was ist denn ein... Ach, hier steht es. 13. Ja. Können wir machen. Ähm. Was soll ich denn... Ach, hier gebe ich dann Gottpunkt aus, damit meine Leute akzeptieren. Okay. Kann ich das nicht sofort instant akzeptieren? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann ignorieren wir das. Was haben wir hier? Nahrungsentdeckung. Fährter Schöpfer. Wir bauen jetzt dieselbe Pflanze immer und immer wieder an. Und das wird ehrlich gesagt etwas langweilig. Aus einer Fruchtsorte kann man ja nicht einmal einen Obstsalat machen. Und ständig diese blutiger Durchfallfrüchte zu essen, führt bei uns zu allen zu unschönen Konsequenzen. Es muss doch noch andere Pflanzen geben, die wir ausprobieren können. Falls du mich hören kannst, so bitte hilf uns doch ein paar super leckere und gut verdauliche Gewächse zu entdecken. Hochachtungsvoll. Okay. Sammle neue Nutzpflanzen mit Schöpferkraft schweben ein. Also Telekinese nehme ich mal an. Und lasse sie über die, über der Farm fallen. Okay. Das sollte man hinkriegen. Ähm, was können wir denn? Wir hatten doch hier ganz am Anfang schon ein paar Sachen entdeckt. Hier sowas zum Beispiel. Äh. Das würde ich einfach mal probieren. Telekinese, also wir machen mal die Zeit erstmal wieder an und sammeln hier mal auf. Und dann mal bitte einmal zur Farm. So. Müssten wir geschafft haben, die Quest. Okay. Sehr schön. Wir können natürlich auch noch mehr Pflanzen hier suchen und fangen und drüber bringen. desto größer ist halt dann die Möglichkeit auszuwählen, was wir anbauen können und wollen. Guck mal hier Himbeeren. Weiß nicht, ob wir die schon haben, aber klingt auf jeden Fall auch gut. Würde ich hier auch mal abliefern. Aber ich glaube, das war jetzt keine neue Pflanze. Oder doch. Guck mal hier. Ähm, wir sind im Grasland. Die Farm ist im Grasland. Also ist das die beste Frucht, die wir hätten auswählen können. Aber wir können jetzt natürlich noch Farmen bauen in anderen Biomen. Zum Beispiel im Wald. Entschuldigung, Klos im Hals. Äh. Und dann können wir das dort dementsprechend natürlich auch anbauen. Na gut. So, auf jeden Fall erstmal wieder die Zeit etwas schneller laufen lassen. Was macht denn hier diese Entscheidung? Also ich glaube, wir nehmen schon an. Ja. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? 46 Bevölkerung, 46 Gläubige. Das läuft immer noch. Irgendwann wird es aber wahrscheinlich mal passieren, dass nicht mehr alle zu 100% an uns glauben. Aber, ja. Dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen können. Was macht denn eigentlich? Also woran sehe ich denn Fischerei? Sehe ich, wie viel wir produzieren. Hier gab es doch ein... Wo war das denn hier? Diagramm. Genau. Ich möchte gerne mal wissen. Stein, Holz, Bretter. Nahrung würde mich mehr interessieren. Zeige alles. Ah ja. Öl. Wir haben Öl. Wir haben Holz. 41.000. Ich verstehe. Auf dem Planeten. Ach so, auf dem Planeten verbleibende Ressourcen. Ist doch nicht so viel. Ich glaube, da müssen wir irgendwann mal wieder Holz anbauen. Okay. Gas. Metalle. Aber Nahrungsmittel, danach können wir uns gerade nicht filtern, habe ich das Gefühl. Wie viel haben wir denn auf Lager? Wir haben 67 Nahrung auf Lager. Ist nicht ganz so viel, wie ich es gerne hätte wahrscheinlich. Also wir müssen vor allem erstmal ein zweites Lager bauen. Wir werden mal ein zweites Lager bauen, was dann auch wirklich nur für Nahrung da ist. Weil Nahrungsmittelknappheit kann man sich nicht so richtig leisten, glaube ich. Ach ja, deswegen. So. Ressourcenmanagement könnte hier dabei sein. Hört sich zumindest gut an. Genau, guck mal. Da sehen wir hier das Lager auch schon schön hervorgehoben. Ich würde hier noch eins bauen. Dann könnten wir hier vielleicht direkt daneben noch eine Farm setzen. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Und vielleicht noch eine Fischerei oder sowas. So. Lass mal gucken. Und wie gesagt, wenn es geht, noch eine kleine Farm. Da. Andersrum. So. Wobei ich glaube, wir haben noch keine Pflanzen für eine Wüstenfarm. Aber ja gut, die können wir ja vielleicht relativ leicht sogar finden. Weil Wüsten sind ja doch ein bisschen auffälliger. Und dann kann man ja sich mal umgucken auf dem Planeten, ob man da nicht irgendwelche Kräuter diesbezüglich entdecken kann. So. Ein wichtiger Punkt, also ein genauso wichtiger Punkt, ist vielleicht nochmal so ein Wasserreservoir. Und dorthin. Und dann wollte ich noch so eine Wasserpumpe. Genau. Jetzt mal hier nochmal so ein Ding hinsetzen. Und Fischerhütte wollte ich auch noch. So. Gut. Das hätten wir. Was ist hier los? Ach, hier hat er selbstständig jetzt ein Wasserreservoir gebaut. Finde ich ja sympathisch. Okay. Wird das denn abgedeckt noch von unseren Ingenieurshütten? Ja, guck mal, sieht gut aus. Wird alles abgedeckt. Sehr schön. Und der Winter ist eingebrochen. Minus 9 Grad. In der Wüste. Ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier rübergehe, eine andere Temperatur? Oder ist es auf dem gesamten Planeten immer gleich kalt, gleich warm? Oh, hier gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Oder auch nicht. Gut, also ich denke, es ist überall gleich warm. Aber es sind ganz schöne Spülter. Es sind ganz schöne Temperatursprünge hier drin. Oder hat das was mit meiner Höhe zu tun, wie hoch ich über dem Boden bin? Nee. Irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung. Es springt ganz schön von A nach B. Na gut. So. Haben wir den Forschung am Laufen? Köder und Abdichten. Ah ja. Köder und Abdichten habt ihr, glaube ich, selber ausgewählt, oder? Fischerhütte, Abgerät, zusätzlicher Arbeitsplatz. Sehr schön. Das können wir gebrauchen. 12% schnelleres Angeln. Auch was Wichtiges. Hatten wir das jetzt hier schon erforscht? Ja. Wieso haben wir denn nur noch 30? Hatten wir vorhin nicht noch 80? Ach so, ja. Schaut hin. 25, 25 macht 50. 80 minus 50 macht 30. Hört sich gut an. Taktisches Ausweichen. Fisch. Ach, aus, nee, Ausweiden. Ja, fast dasselbe. Okay, ähm, jagen wäre vielleicht auch noch cool, weil jagen geht dann, glaube ich, schon in Richtung Selbstverteidigung, auch ein bisschen, und Wachtürme, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Hauch von Licht, was heißt das denn? Nugget Bewegungsgeschwindigkeit erhöht um 5%, Wachtürme. Ähm, Nugget Stärke plus 4. Ja, oh, das hört sich gut an. Große Muckis. Ja, die hätte ich gerne. Äh, zumindest erforscht. Nugget Zubehör, maximal Gesundheit. Der Nugget erhöht sich um 10. Das mag ich auch. Und Bekleidung finde ich auch nicht so schlecht. Okay, dann gehen wir erstmal dorthin. In die Richtung. Nachdem wir die Köder erforscht haben. So, ich glaube, wir haben irgendwas fertig geforscht. Wir können wieder irgendwas Neues bauen. Steinraffinerie. Ah ja, okay. Du sag mal, ist das Lager eigentlich schon hier fertig? Fällt mir da wohl wieder ein? Aber, nee, noch nicht, aber gleich. Okay, hier würde ich dann, wie gesagt, nur Essen reinpacken. Gut, und alles andere bitte hier dementsprechend ausschalten. So, hier kommt nur Nahrung rein. Gut. Hier, das wurde besetzt. Und wir haben aber jetzt hier, glaube ich, wie gesagt, noch keine Früchte fürs Wüstenbiom. Ich glaube, jetzt im Winter werden wir jetzt auch nicht so sonderlich fündig werden. Was ist das denn? Ach, das ist die Farbe. Okay, gehört dazu. Gab es ja nicht diese Todessträucher? Tödliche Saat. Was ist hier das daneben? Das ist ein Baumstumpf. Okay. Aber das waren ja nur Kräuter hier. Ich glaube, das zählt nicht. Wenn ich das jetzt hier aufhebe. Nee, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay. Das wollte ich nicht. Das ist keine Pflanze. Das gehört zum Wohnhaus dazu. Oh, da ist jemand krank. Warte mal. Pause. Verjüngen. Jetzt. Okay. Sehr schön. Den haben wir gerettet. Und wir müssen trotzdem jetzt mal gucken. Also Winter ist ja nicht mehr ganz so lange. Wir können ja, die Wüste taut sogar schon. Hier ist noch eine Wüste. Da können wir mal reinschauen. Ob es da irgendwelche Wüstenpflanzen gibt, die gut gedeihen. Aber es sieht hier in der Wüste auf jeden Fall nicht danach aus. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ob wir irgendwo noch eine andere Wüste entdecken. Hier zum Beispiel. Das ist nur Gras. Das ist wieder der Todesstrauch. Tödliche Saat. Ach, guck mal. Jetzt sind wir schon bei den anderen hier. Wobei ich... Kaktus ist, glaube ich, nur Holz. Genau. Ich würde diese tödliche Saat trotzdem mal mitnehmen. Ne? Nicht verjüngen. Telekinese. So. Eine Saat haben wir mal genommen. Mal gucken. Wir müssen zurück nach Hause. Um Gottes Willen. Wie war das denn? Von wo kommen wir denn? Hier. Bei uns ist Nacht. Wo ist die Farm hier? Tatsache. Kann ich abwerfen? Kann ich da jetzt dementsprechend auch was anderes auswählen? Guck mal hier. Tödliche Saat. Tatsache. Können wir auswählen? Komm, dann bau das an. Das ist effektiver, glaube ich. Brauche auch weniger Wasser. Also alle Pflanzen aus einem anderen Biom verbrauchen halt wesentlich mehr Wasser. Und deswegen ist es, glaube ich, günstiger, wenn man eine Farm in jedem Biom hat. Und dann die dementsprechenden Biom-Züge richten. Pflanzen dort anbaut. Hier kriegen wir wahrscheinlich keine Farm unter. Das wird zu groß sein. Aber weil das ist Wald, glaube ich. Vom Biom. Und ich möchte trotzdem mal schauen. Hier war das. Genau. Das ist zu groß, die Farm. Das kriegen wir dort nicht mit rein. Oder doch? Also die Farm lässt sich, glaube ich, nicht setzen. Genau. Das ist das Problem. Das ist auch Wald. Da können wir aber auch nicht setzen. Guck mal hier. Das ist Wald. Aber wir kriegen sie, glaube ich, auch nicht gesetzt hier an der Stelle. Ach, das, warte mal. Zeigt das Symbol an, wie weit unsere Ingenieure kommen? Das ist schwierig in Waldbiom-Servischen. Also wahrscheinlich hier drüben dann. Das wird alles Wald sein. Dann müssen wir uns hinter den Berg ausbreiten. Wie kriegen wir denn das hin? Dann füttert man wenigstens eine Straße drüber. Die hört hier auf. Und die hört auch hier auf. Das heißt, eine direkte Straßenverbindung zwischen den zwei Orten gibt es nicht. Ich würde es trotzdem mal bauen. Einfach mal, weil ich gerne halt auch die anderen Pflanzen anbauen möchte. So. Und dann müssen wir aber auch dementsprechend hier eine Ingenieurshütte hinsetzen. Eigentlich müssen wir das hier alles noch mit abdecken, aber dann kommen wir da noch nicht ran. Schwierig. Dreh dich erstmal. Das mal zumindest zur Straße zeigen. Und dann bauen wir dich dorthin. So. Dann müssen die erstmal halt hier drüber wandern. Vielleicht siedeln sie sich dadurch aber auch hier drüben halt gleich mit an. Und dann haben wir dort schon mal einen Weg dorthin. So. Du bist Holz. Du bist Holz. Du bist auch nichts. Vielleicht nochmal gucken. In dem Wüstenbjom. Ach guck mal, hier haben wir noch so ein Ding. Mach das mal auf. So. Und dann bitte einmal mitnehmen. So. Wo müssen wir das hin machen? Ist das eigentlich egal wohin? Oder? Oh. Es brennt. Ähm. Warte mal. Mal Pause vor allem. Und. Wir können es doch regnen lassen. Da war doch was. Schutzkuppel. Ach ja. Schutzkuppel. Schnellstart. Meteoriten. Amor. Ähm. Feuer. Ne. Das Gegenteil hätte ich gerne. Regenwolke. Genau. Können wir es mal langsamer machen. Und dann bitte hier einmal Regenwolke. Hast du das jetzt gemacht? Guck mal. Schon gelöscht das Feuer. Sehr gut. Da werden die beiden glaube ich ganz froh darüber sein. Okay. Aber Leute. Ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben es schon geschafft. Für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Rassin-Tag. Freue mich auf die nächste Folge. Und ja. Wenn es wieder heißt. Let's play the universe. Bis dahin. Ciao. Ciao.